Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Das Pferd ist ein großes, vierbeiniges Säugetier, das seit Jahrtausenden für eine Vielzahl von Zwecken domestiziert wird. Es ist bekannt für seine Stärke, Geschwindigkeit und das enge Band, das es mit dem Menschen knüpfen kann. Pferde werden häufig für Reiten, Rennen und als Arbeitstiere in der Landwirtschaft und anderen Bereichen eingesetzt. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen und ihre Rolle in der menschlichen Geschichte machen sie zu einem der einflussreichsten Tiere in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. Pferde variieren erheblich in Größe und Gewicht, was größtenteils von ihrer Rasse abhängt. Die durchschnittliche Körpergröße liegt zwischen 140 und 180 Zentimetern gemessen am Widerrist, dem höchsten Punkt des Rückens direkt hinter dem Nacken. Das Gewicht eines Zerdes kann zwischen 400 und 1000 Kilogramm liegen. Die Lebenserwartung eines gesunden Zerdes beträgt etwa 25 bis 35 Jahre. Ihre Farben und Muster sind äußerst vielfältig und reichen von einfarbig bis zu komplexen Mustern, die durch genetische Variationen bedingt sind. Pferde sind Herbivoren, die sich hauptsächlich von Gras, Heu und anderen pflanzlichen Materialien ernähren. Ihre Diät kann auch durch Futterergänzungen wie Getreide, Früchte und gelegentlich Karotten oder Äpfel bereichert werden, um zusätzliche Nährstoffe und Abwechslung zu bieten. In der Nahrungskette stehen Zerde als Beute für Raubtiere wie Wölfe und große Raubkatzen in Regionen, in denen diese Raubtiere vorkommen. Allerdings sind Pferde in vielen Teilen der Welt durch menschliche Aktivitäten weitgehend vor natürlichen Feinden geschützt. Pferde sind auf der ganzen Welt verbreitet und leben in einer Vielzahl von Umgebungen, von domestizierten Settings wie Ställen und Weiden bis hin zu wilden oder halbwilden Zuständen in Steppen und Prärien. Sie passen sich gut an verschiedene Lebensräume an, einschließlich gemäßigter, subtropischer und sogar Wüstengebiete. Neben landwirtschaftlichen Flächen und offenen Feldern, wo sie zum Grasen freigelassen werden, finden Zerde auch in Gebieten wie Waldlichtungen und Bergregionen Lebensraum, sofern sie Zugang zu ausreichenden Nahrungsressourcen und Wasser haben. Die Flächen und der Flächen und der Flächen, die Flächen, die Flächen, die Flächen, der Flächen, der Flächen, der Flächen, der Flächen, der Flächen und der Flächen, 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 der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020